Reporting-Schnittstelle In diesem Video zeigen wir Ihnen unsere neue Reporting-Schnittstelle, die Ihnen ganz neue Möglichkeiten in Ihren Auswertungen eröffnet. Reporting-Daten müssen mit der neuen Schnittstelle nicht mehr aufwendig händisch exportiert werden. Ist die Schnittstelle einmal mit Ihren Diagrammen und Kennzahlen in einem BI-Tool oder auch Excel verbunden, können Sie Ihre Daten per Knopfdruck aktualisieren. Reporting ist nicht länger nur mit den Daten aus DaVinci nutzbar. Sie können Ihre Reportdaten aus DaVinci beispielsweise mit Klickzahlen aus einem Tracking-Tool wie Google Analytics oder einem Organigramm aus dem Personalverwaltungstool anreichern. Weiterblickend können Ihre Recruiting-Kennzahlen in ein übergreifendes Reporting-Dashboard zur Steuerung Ihres Unternehmens einfließen, deren Kennzahlen bei Bedarf zu jeder Zeit auch von Mitarbeitenden ohne DaVinci-Zugang eingesehen werden können. In Verbindung mit einem BI-Tool wie Power BI können Sie auf eine Vielzahl von Funktionen und Darstellungen zurückgreifen. Um Trends zu erkennen und datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Im Übrigen ist Power BI oft kostenfrei im Microsoft-Paket mit erhalten. Sprechen Sie bei Bedarf gern einmal Ihre IT-Administration an. Sprechen Sie bei Bedarf